Du hast alles verloren! Wunderfass! Ich bin nicht aufgestanden, du wirst einmal weggefahren. Aber lass mal nicht über 1000. Warte, zieht nicht! All in gemacht! All in gemacht! Bei mir ist es Buggy, ich konnte nicht drücken! Dann guck mir jetzt zu, lass Basti kurz. Okay, okay, okay. Ja, okay. Soll ich noch einen Kredit aufnehmen? Bruder, die nehmen einfach Kredit. Das ist hier... Leute, geht nicht spielen, Leute. Geht nicht aus! Geht nicht zocken, Leute. Geht nicht zocken, das ist hier... Ihr werdet bediktet. Bruch, komm, Frankfurt-Haufbahnhof. Hab was für dich, Junge. Frankfurt-Haufbahnhof ist... Oh, shit, Junge, mit dem Cash-Money-Flow. Wir haben Cash-Money-Flow. Wow! Warum gucken wir eigentlich Döner-Simulator an? Wer hat das vorgeschlagen? Warum wollen wir das sehen? Fucking Döner... Boah! Digga, das ist einfach Lava auf einmal. Junge, guck mal, Chat, das Ding ist... Welcher Döner kocht mit irgendeinem Steak? Welcher Dönerladen kocht Steak? Die machen Steak? Was für Döner? Ja, guckt euch das an! Oder? Welcher Dönerladen hier? Welcher Dönerladen kocht Steak? Oder macht Steak in so einen beschissenen Grill? Ich? Du bist kein Dönerverkäufer, Bro! Irgendein Rib-Eye! Ein Rib-Eye! Für 200! Ich sag, wir sollten die 100 Euro, die wir gerade bekommen haben von unserem Vater, verdoppeln. Mehr nicht! Wir spielen nur mit 100! Nur 100! Nur einmal rein! 100 setzt, verdoppeln und dann raus! Guck mal! Junge, also... Also, ich muss mal kurz wissen. Ist das... Guck mal, ist das ein Döner-Simulator? Oder ist das ein Gambling-Simulator hier? Weil ich sehe die ganze Zeit, dass sie hier fucking ihr Geld versucht zu verdoppeln, Mann! Was ist das? Ist das irgendwie? Weiß ich nicht! Geldwäsch... Was die machen mit der Frau? Warte, warte! Guck mal, was... Guck mal, was... Guck mal, was er geschrieben hat! Guck mal, was er donated hat! Was ist das eigentlich für ein Scam? Das Fleisch kostet 200 Tacken und ihr kriegt 100 Prop... Ihr kriegt 100 Proportionen raus! Hä? Kriegst... Machst du nicht einfach Miese von 100 Proportionen? Das ergibt für mich keinen Sinn! Das ergibt für mich keinen Sinn! Du machst 100 Minus! Basker... Holy Shit, Alter! Holy Shit, Junge! Der Booty, Alter! Ey, du, wir müssen schnell... Wir haben eine wichtige Kundin! Wir haben eine wichtige Kundin! Warum ist die wichtig? Ja, das ist ein Arsch! So! Und... Essen ist hier! Oder ein gegrilltes Fleisch! 1,4 Ruff würdest du nicht gern... Ey! Der Fall... Doktor, Doktor! Wir müssen doch hier richtig machen! Rival Doktor, Doktor... Raffed Döner... Wissenschaftler! Papa Platy, komm nachher ins Bett, Junge! Bruder, er hat ein Rohstückfleisch! Digga! Bruder, was hat er denn? Ich hab ein Stück Fleisch nicht gegönnt, hier! Aber er... Bruder, was ist das denn? Bruder, Rohstückfleisch? Vier Tomaten! Vier Scheiben Tomaten, Bruder! Geiles Essen! Er zeigt auf jeden Fall... Daub! Er zeigt... Sehr gut! Er hat die Gabel in seine Nase getaucht! 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 Wir müssen jetzt ins Bett gehen, was denn? Wie hält er das Messer an, Bruder? Hast du gesehen? Die Gabel? Habt ihr gesehen? Die Gabel, Junge? Was für... Scheiß mal auf Messer! Scheiß mal auf Messer! Guck dir das an! Er feiert's! Er feiert's! Er feiert's! Guck mal! Was ist das? In seine Nase? Geht ins Auge! Entweder in die Nase oder in seine Oge! Du, da weißt du was? Dann würde ich doch mal mitgeworfen viel! Ich sag dir so viel... Jeder hat 200... Aus den 200... Scheiß, ey! Aber ich glaub, ich würd die smaschen! Ich glaub, ich würd die smaschen von... Guck mal! Guck mal, die sind... Guck mal, die sind... Okay! Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut! Let's go! Let's go! Der hat Geld gemacht! Bruder, wir laufen hier rum! Oh, shit! Digga, was ist denn das? Ich dachte, er hat seine Hose an! Junge, ich dachte, er ist nackt! Aber er hat Hose an! Das sah ganz weird aus gerade! Ich glaub, du verstehst, wie Heike diese Branche ist! Junge! Er ist einfach Master, Junge! Er ist einfach der Master! Junge, diese Brillen, Alter! Guckt euch das an, Chat! Der sieht einfach so aus! Bro, es gibt so Endbosse! What the fuck! Einschmecker sind die Lebensmittelrichter, die du überwinden musst, bevor du dich dem Meister stellst! Junge, es gibt... Was ist das? Junge, es gibt einfach Top 4 oder so! Was sind das? Das sind Arena Leiter, Chat! Das sind einfach Arena Leiter! Abby! Monsieur Anton! What the fuck is happening? Was ist das? Bruder! Oh, er ist tot! Ich glaube, er ist tot! Der hat's geschüttelt! Der hat's geschüttelt! Der hat's geschüttelt! Der hat's geschüttelt! salz oder so ich finde das ist noch super da ist immer ein schimmel drauf er so bruder er tut salz einfach drauf er tut einfach salz auf ihn scheißegal extra aroma junge warum wollen die ganze in die spiel ist dann nackt will ich den sehen da will ich den nackten sehen oder will ich ich habe 200 einfach weg genommen guck mal guck mal diese du hast alles verloren oder was ich habe mich aufgestanden du bist einfach weggefahren ich meine so ein youtube-video gesehen das ist eine strategie die immer funktioniert ok youtube-strategie easy profits keine strategie